Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen am fünften Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Elian Antonia Maurer, ich gehöre zum OK des Winterkongresses und ich freue mich sehr, euch zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen durch die zwei kommenden Kongresstage zu begleiten. Vor zwei Jahren gehörten wir zu den letzten, die noch einen Kongress mit 500 Menschen vor Ort durchgeführt haben. Dieses Jahr sind wir hoffentlich einer der letzten Kongresse, die nur online stattfinden werden. In Bezug auf die pandemische Lage scheint ja langsam alles zum Courant nochmal zurückzukehren. Wir müssen uns aber im Januar entscheiden und in Anbetracht der immer noch hohen Fallzahlen ist es nicht komplett falsch, auf einen Vor-Ort-Event zu verzichten. Auch wenn wir hier auf der Bühne das Publikum sehr vermissen. Uns ist bewusst, dass viele langsam genug haben von Onlinekonferenzen, Videositzungen etc. Es freut uns daher sehr, dass sich immer noch viele Menschen für den Winterkongress und die Themen der digitalen Gesellschaft interessieren und sich ein Ticket für unsere jährliche Konferenz geklickt haben. Trotz den schwierigen Zeiten haben wir auch in diesem Jahr wieder ein spannendes und vielseitiges Programm zu bieten. Anders als noch 2021 sind wir in diesem Jahr endlich wieder in der roten Fabrik und produzieren hier die Streams und moderieren aus denselben Räumen, in denen wir noch 2020 den Winterkongress durchgeführt haben. Und hoffentlich sind wir auch 2023 wieder mit Publikum hier. Die Vortragenden sind teilweise vor Ort, teilweise remote. Alle stehen sie aber nach ihren Vorträgen in den sogenannten After-Talk-Rooms für weitere Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Es besteht zudem die Möglichkeit, noch während dem Vortrag Fragen über den Chat zu stellen. Die Links dazu findet ihr jeweils auf der entsprechenden Browser-Seite mit dem Stream. Der primäre Zugang für den Winterkongress ist der per E-Mail versendete Link. Über die Lobby sind sämtliche weiterführende Links zu den Streams, den Chats, den Workshops und den Self-Organized Sessions und nicht zuletzt dem Digi-Guess-Pub verfügbar. Für den regen Austausch nach dem Talk gibt es eben, wie eben einerseits schon erwähnt, den After-Talk-Room und eben auch das Digi-Guess-Pub, das wir in zwei Tagen 24 Stunden geöffnet hat. Es gilt Bring Your Own Drink. Im Digi-Guess-Pub treffen wir uns dann auch am Samstagabend zum Feierabendbier und gemeinsamen Demo-Night-Gucken. Die digitale Gesellschaft steht ein für Freiheitsrechte im digitalen Raum. Das betrifft auch das Recht am eigenen Bild. Wer Screenshots von Personen in den Videokonferenzen macht und diese über Social Media teilen möchte, muss auch hier das Einverständnis der abgebildeten Menschen einholen. Die digitale Gesellschaft stellt sich auch gegen jegliche Form von Diskriminierung. Be excellent to each other und meldet uns Verstösse. Und nun zum Programm. Heute Abend werden wir immer zwei Veranstaltungen parallel durchführen, in den Streams Aktionshalle und Kruppraum. Für alle, die Mühe haben, sich zu entscheiden, gibt es gute Nachrichten. Alle Streams werden aufgezeichnet und stehen im Verlauf der kommenden Wochen über media.ccc.de zum Nachgucken zur Verfügung. Dort sind übrigens auch die Aufzeichnungen der vergangenen Jahre zu finden. Wer sein Wissen teilen möchte, ist herzlich eingeladen, eine Self-Organized Session durchzuführen. Über die Lobby hat man Zugriff auf ein Pad. Da kann man ganz einfach das Thema, die Person, die den Workshop durchführen möchte und auch den Jitsi-Link hinzufügen. Es gibt auch einen Link, wo man direkt über Open Switch einen Jitsi-Raum für sich klicken kann. Wir werden dann jeweils in der Moderation darauf hinweisen, wenn Self-Organized Sessions starten, damit auch Teilnehmende zu diesen gelangen. Und wenn das jetzt alles zu schnell ging, während den zwei Kongresstagen ist der Infodesk die zentrale Anlaufstelle. Auch hier findet man in der Lobby den Link zum Infodesk, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Nach einer kurzen Umbaupause geht es hier gleich um 19.15 Uhr weiter mit Silke Grunwald. Sie spricht über die Konsequenzen, welche Whistleblowerinnen in der Schweiz erwartet und was für Whistleblowerinnen getan werden kann und noch getan werden muss. Der Stream vom Clubraum startet ebenfalls um 19.15 Uhr mit dem Vortrag Glaubt nicht jeden Zauberspruch aus dem Metaverse von Chris Bühler. So, und nun wünsche ich Ihnen spannende und lehrreiche Kongresstage. Okay.